Intro Ja hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von eurem Gameplay Und ich starte hier mal direkt durch, damit wir möglichst viel in dieses Let's Play reingepackt bekommen Und zwar sind wir in Bloodborne immer noch unterwegs Und zwar in, ja im letzten Teil langsam würde ich sagen Geht langsam aufs Ende zu, wenn ich mal so auf meine Karte gucke Wo ich immer meine Häkchen mache, was wir schon so abgeschlossen haben Ähm, vom Gesamt, äh, von der Gesamtspielzeit oder dem Gesamt-Let's Play Na, da bimmelt's schon wieder Ja, 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 ich weiß Ihr seid verdammt toll drauf Und ich war, also jetzt natürlich in der Zwischenzeit noch nicht Wieder, äh, meine Sachen aufrüsten Das muss ich immer noch machen Hier liegen noch meine alten Blutechos rum Was ist denn das? Achso Ein Skelett mit Hut und Lämpchen drauf Hoffnungslos Ja, und es gibt nur zwei Möglichkeiten Entweder kommen wir hier gleich zum Hypogon... Oder wir kommen zum Advant Plaza Das heißt es noch, abzuwarten und herauszufinden Oh Vielleicht soll ich mal eine Blutviode nehmen Vielleicht nicht die schlechteste Idee Oh, das sieht geheimnisvoll aus Aber wir gehen erstmal nochmal um die Ecke Machen diesen fiesen Wehrwolf Den Nackidei-Wehrwolf kaputt Zwillingsblutstein-Scherbe-Mäßigungs-Blut-Edelstein Sehr schön Und dann gucken wir mal Komm, die sagen alle Geh nicht hier rein! Bleib stehen! Und ich geh trotzdem rein, weil ich gutig bin Wo bin ich denn jetzt? Bin ich einfach nur im Kreis gegangen jetzt, oder? Na, willst du nicht in einer Kutsche stecken bleiben? Anscheinend nicht Von irgendwo werde ich angeschossen Achso, die können spucken! Ja gut In einem modernen Spiel sollte sowas nicht fehlen Die Jugend auf den Schulhöfen Die spuckt ja auch nur noch durch die Gegend Die sogenannte Spucker-Generation Hm Ich seh nur nicht gerade Von wo ich im Kreis gegangen bin Ich hab die Orientierung verloren Da oben auf der Brücke sind wir ja lang gegangen, mein ich Och, das blöde Glocke Das Schlimme ist, man kann sich ja auch nicht daran orientieren Wo noch Feinde sind Wo Feinde tot sind Weil die Feinde ja die ganze Zeit immer wieder aufstehen Und dann hat man hier so viele Sackgassen Aber dieses Geflüster im Hintergrund Das war definitiv vorhin noch nicht da Also sind wir schon auf irgendeinem Weg voran Ich geh aber nicht da unten lang Jetzt geh ich hier auch nochmal oben lang Weil über sieben Brücken musst du gehen So heißt es doch Achso, hier komm ich gar nicht auf die Brücke Schon wieder eine Sackgasse Und dann kriegt man nur so was Dummes Wie das Wissen des Verrückten Komm, jetzt rennen wir mal Man kann ja nicht immer sparsam sein Mit den Spezialfähigkeiten, die man hat Oh, oh, oh Das sieht ganz, ganz stark nach Endgegner aus Meine Lieben Ganz, ganz stark Ja, ganz stark Untertitelung des ZDF, 2020 Wisst ihr, Mortal Kombat wird indiziert oder verboten in Deutschland, aber sowas ist erlaubt. Gedärme über Gedärme... Das ist ekelig. Definitiv ekelig. Und riesig. Vor allem riesig. Ich weiß gar nicht, wo ich angreifen muss. Ich greife einfach da an, wo ich hinkomme. So, jetzt muss ich mal eben einen Moment warten. So, jetzt wird's mal Zeit, Blutviolen zu nehmen. Und dann stürmen wir mal wieder vor. Ja, komm, dass wir da nicht einfach so durchkommen und ohne auf den Sack zu kriegen, das war ja wohl vorhersehbar. Oh, weg, 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 weg. Weg und Blutviolen. Blutviolen, Blutviolen, Blutviolen. Mann, diese blöden Feuerbälle. Fireball. Nee, Firestone. Na, na, na. Oder wie ging das Lied nochmal? Ich hör' so'n Scheiß, der Lied. Jawoll! Da haben wir schon wieder den Endgegner besiegt. Gelbe Wirbelsäule, okay. Wer war das denn jetzt? Ich hab' jetzt gerade unten gar nicht drauf geachtet, was das für ein Endgegner überhaupt war. Aber wir haben eine gelbe Wirbelsäule. Und eine neue Lampe. Das ist doch schön. Bam. So. Wir könnten uns mal wieder waschen, oder? So, guck mal, hier eine Seite. Ganz versteckt. Ganz versteckten Seitengang. Weil geradeaus ist zu easy. Geradeaus, das ist ja, da wird ja jetzt jeder lang gehen. Deswegen geh' ich einfach mal nach oben. Na, da können wir unser Schlachtfeld begutachten, überblicken. Außerdem kann man sich gut merken, wenn du bei der Lampe bist, einfach... Ähm. Einfach geradeaus die Treppe hoch. Quecksilberkugeln. Ey, da rennt man hier extra hoch, ne. Möchte ein bisschen looten. Und dann hat... Dann liegen ja nur Quecksilberkugeln. Was ist denn hier kaputt? Quecksilberkugeln, die braucht kein Mensch. Wie oft hab ich die Pistole benutzt in diesem Let's Play? Zweimal? Dreimal? Vielleicht ein bisschen öfter. Aber, äh... So eine zweite... So eine zweite, ähm... Klinge oder sowas, ne. Dass man so mit zwei Schwertern oder sowas kämpfen kann. Das wär für mich sinnvoll gewesen. Aber ist halt nicht jeder so wie ich. Na gut, dann rennen wir mal Blutverschmiert da hoch. Hoffentlich wartet da oben kein hübsches Mädel auf uns. Die wird nämlich sehr enttäuscht sein, weil wir stinken vor Blut. Oh, was ist das? Was ist denn jetzt passiert? Ich bin aber jetzt nicht tot, oder? Wenn ich jetzt tot bin, also dann, äh... Klatscht es hier aber. Und zwar... Kräftig. Warum bin ich jetzt wieder im Unterrichtsgebäude? Oh, tatsächlich. Dann war das das Advanced Plaza. Da können wir jetzt auch einen Haken machen. Und dann kommt Lecture Building Second Floor. Ha! Das ist jetzt die obere Etage in dem, ähm... In dem Gebäude. Wo wir vorher nicht hinkonnten. Das ist ja cool. Ja, ihr wundert euch bestimmt, warum ich meine 132.000, äh... Erfahrungsechos da, äh... Nicht einlöse für ne... Für ein Level. Also um mich zu leveln. Und damit rumrenne und die Gefahr quasi, äh... Ja. In Kauf nehme, das zu verlieren. Ganz ehrlich, Leute. 132.000 Punkte reicht bei mir gar nicht mehr, um ein Level aufzusteigen. Traurig, aber... Ist so. Ah, gut. Hier sind die alle über uns hergefallen. Kennen wir ja auch noch. Warum ist denn jetzt... Da haben wir ja gesehen, hier oben ist einer. Warum ist der denn jetzt nicht runtergesprungen? Bringen wir ihn mal dazu. Fehler im Spiel. So. Finde ich aber cool, dass wir hier sind. Weil irgendwie... Hier dieses... Dieses... Dieses Bildungszentrum. Das BIZ des Spiels. Äh... Hat irgendwie eine beruhigende Wirkung. Auf mich. Weil es einfach nur... Ja. Ein Gebäude ist. Aus Holz. Mit Türen. Diese... Diese ganzen... Ähm... Schlösser und so. Die haben immer so ein... So eine bedrückende Atmosphäre. Ich meine, gut. Die will man in dem Spiel ja irgendwo auch. Aber... Ich finde es schöner so. Das ist so wirklich... Da kann man mal... Chillen. Und zur Ruhe kommen. Sackgasse. Ja, ich weiß, dass ich jetzt wieder zurückrenne. Ich weiß, dass ich jetzt wieder zurückrenne. Aber ich möchte alle von diesen blöden Kackviechern erledigen. Hä? Oh, da spuckt aber einer. Da spucken aber mehrere. Iiii... Seid ihr ekelig? Habt ihr euch nicht... Habt ihr nicht gelernt, euch zu benehmen? Da renne ich jetzt rüber. Oh, die... Die haben es so gewollt. Die wollen alle sterben. Oh, und da... Oh, da ist schon wieder so ein Riesenviech. Oh, das kennen wir ja schon. Hier, da hast du deine Spuckerei. Ah, ihr Ekelviecher! Könnt ihr eure eigenen Flüssigkeiten nicht mal in euch behalten. Oh, das hört sich irgendwie pervers an, oder? Könnte man falsch verstehen. So, kümmern wir uns dann jetzt um den Riesen da. Oder gucken wir erst mal. Hier ist noch eine Tür. Nochmal so einen Raum. Oder ist das derselbe? Nee, ne? Kann ja nicht. Die Türen sind zu. Wir lassen die Tür ja immer offen stehen. Oh, ne Kiste! Ne Kiste! Kommunion. Ich bin... Ich weiß gar nicht, ob ihr es wusstet. Aber ich bin evangelisch. Ich wurde konfirmiert. Ich hatte keine Kommunion. So heißt das bei uns nicht. Und da oben hockt auch schon wieder einer an der Decke. Ah, du glaubst doch nicht, dass ich jetzt nach da unten komme. Häng da mal schön alleine ab. Oh, glühende Hände bei dem sind neu. Oh, der steckt gut was weg. Bäm. Zwillingsblutstein-Scherbe, äh, hier kann man dann wieder runterspringen. Was wir aber nicht wollen. Dann sind wir ja nur wieder da, wo wir vorher waren. So, da kommt Qualm raus. Das heben wir uns auf. Wir machen erstmal die Tür auf. Die namenlose Präsenz des Mondes, die von Lawrence und seinen Anhängern gerufen wird. Die Bleichblut. Okay. Drei dritte Schnüre. Ich hab aber nur, glaub ich, eine. Falls das jetzt auf diese komische Nabelschnur bezogen ist. Auge von, wo hab ich's? Da. Ein Drittel einer Nabelschnur. Naja. Dann gehen wir mal durch diese bedrohliche Tür. Mein Gott. Das ist die Folge der langen Reisen. Zurückzuführen auf die Ladezeiten von Bloodborne. Ah, ja. Dummdi-Dummdi-Dummdi-Dummdi. Mensis-Albtraum. Mensis-Albtraum. Gucken wir mal. Wo ist denn das hier auf meiner Liste? Das steht nämlich, glaub ich, nirgends. Hier steht, doch da, Nightmare of Nemesis. Zack. Haken dran. Danach kommen nur noch drei Level. Magus-Loft. Magus-Loft. Und Wet Nurses. Feuchte Krankenschwestern. Ja. Aber wie's hier weitergeht in Mesis... Das sehen wir dann, würd ich sagen, in der nächsten Folge. Nein, Quatsch. War nur Spaß. Wir machen noch ein bisschen. Überraschung. Boah, die stecken aber verdammt viel weg jetzt. Oh nein, diese Würmer. Oh, ich hasse sie. Ich hasse sie. Boah, wie viel stecken die denn weg? Oh, jetzt wird's hier mal richtig kräftig hier. Äh, heftig. Wo geht's hier? Äh, warum waren da eigentlich keine... War da keine Lampe am Anfang? Das muss ich nochmal eben... Äh, sind wir von da gekommen? Ja, ne? Ne. Sind wir nicht. Sind wir doch? Sind wir nicht? Also eigentlich müsste hier doch eine Lampe gewesen sein. Irgendwo. Vielleicht hinter uns oder so? Weil ich kann mir nicht vorstellen, dass man jedes Mal wieder durchs Unterrichtsgebäude muss und dann hier hin. Tatsächlich keine Lampe. Oh, 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 oh. Das heißt also, wir müssen jetzt auf uns aufpassen. So, um das wieder wet zu machen... Wet. Um das wieder wet zu machen, dass ich jetzt hier nochmal so weit zurückgelascht bin, renne ich jetzt mal ein Stückchen. So, hier waren wir. Bleib hier. Woher kommst du mir eh nicht? Blutsteinbrocken. Drei Stück, meine Fresse. Man sagt eigentlich, dass das ein seltenes Material ist, ne? Aber hier wird man totgeschmissen. Oh. Schnell mal die Lampe anmachen. So, und bevor wir jetzt weitergehen, gehen wir einmal in den Traum des Jägers zurück. Denn wir haben bis jetzt schon so viel erlebt. Da möchte ich jetzt wenigstens mal die Blutbrocken einsetzen und meine Waffe noch stärken. Und dann seht ihr quasi den Maximum-Ausbau-Level mindestens von einer Waffe. Und die könnte auch, glaube ich, mal einen Feinschliff wieder gebrauchen. So, erstmal reparieren wir. So, so. Und jetzt geht's los. Waffe verstärken. Ja, machen wir. Boah, wir haben 17 Blutsteinbrocken. Da geht was. So, verstärken. Zack. Verstärken. Ja. Ja. Verstärken. Zack. Und jetzt brauchen wir einen Blutbrocken. So, und den gibt's nur einmal im Spiel. Und zwar nur, wenn man den letzten Endgegner besiegt, kriegt man den. Aber hey, Leute. Guckt mal, was meine Waffe für Schaden hat. Physischer Angriff 200 und dann plus 437. Jetzt gucken wir nochmal in die Blutsteinverstärkung rein. Weil da haben wir ja auch einiges neu gekriegt. Ich gucke da gar nicht mehr danach, was da überhaupt rechts steht oder sowas. Langsamer Gift-Effekt. Das ist sowieso Blödsinn. Ich gucke nur noch, was stärker macht. Plus 457 kann ich da erreichen, Max. Bei allen Werten. Das machen wir dann. So, hier. Ihr seht, einzelne Werte kann ich verbessern. Dafür fallen aber andere wieder zurück. Deswegen dann mache ich das nicht. Oh, scheiße. Moment, da noch. So, und dann gehe ich nochmal hier zu meinem Runendingen und mache nämlich eine weg. So, da habe ich Auge. Mehr Gegenstände werden fallen gelassen. Ist ja auch in Ordnung. Mehr Blutechos von E-Angriff. Physischer Schadenreduktion. Arcan-Schaden. Ja, das wollte ich nämlich haben. Mond. So. Mehr Echos von gefallenen Gegnern. Oh, und das kann ich jetzt auch. Nahtod heilt wieder plus 1. Endlich haben wir da auch was, was wir da reinsetzen können. So. Aber jetzt ist es tatsächlich so. Jetzt, wo wir gerade wieder sauber sind und so weiter, endet leider diese Folge. Wir sehen beim nächsten Mal, wie es weitergeht. In frischer Kondition. Und ja, wie gesagt, es geht jetzt aufs Ende zu. Bleibt dran, wird spannend. Ciao, euer Gameplayer.